Friedrich von Hohensollern, genannt der Straßburger, war ein Graf von Hohensollern. Leben Friedrich war der jüngere Sohn des Grafen Friedrich VIII. von Zollern. Er wurde 1333 Domherr in Straßburg, kehrte aber 1342 in den weltlichen Stand zurück und vermählte sich 1343 mit Margarete, Tochter des Grafen Burtschardt V. von Hohenberg-Wildberg. Die Eheschließung zeigt sicher das Verlassen des geistigen Standes. Den Beinamen der Straßburger führte Friedrich nachweisbar ab 1346 teilweise mit dem Besatz der Jüngere. Im Jahr 1344 teilte er mit seinem älteren Bruder Friedrich IX, genannt der Schwarzgraf, das väterliche Erbe und begründete die sogenannte Straßburger Linie, sein Bruder Friedrich IX, begründete die weniger bedeutsame schwarzgräfliche Linie. Der Straßburger machte ebenso wie sein Bruder finanzielle Ansprüche gegen Österreich für geleistete Kriegsdienste geltend. Friedrich starb 1365 und somit vor seinem Bruder. In der nächsten Generation war Friedrich XI, das Oberhaupt der Familie, Ehe und Nachkommen. Aus seiner Ehe mit Margarete hatte Friedrich folgende Kinder, Friedrich XI, Graf von Hohensollern. Lämniskarte 1377 Gräfin Adelheit von Fürstenbach Margarete, Lämniskarte 1. Gebradi, Lämniskarte III. 1424 Wilhelm von Püchberg-Anna. Lämniskarte Albrecht III. von Reichberg Friedrich Ostertag IV. Friedrich Domherr in Straßburg. Bdugia, Dauer. BduZA. 30 stressed. Fertig. BduZA. BduZA. BduZA.